Ein neuer Champion wurde revealed, Rhael ist ein Tank-Supporter und wir werfen wie immer einen Blick auf die Fähigkeiten. Rhaels Passive ist Break the Mold. Rhael greift grundsätzlich sehr langsam an, stiehlt mit ihren Angriffen allerdings temporär Rüstung und Magieresistenz vom Ziel, wodurch sie Bonusschaden basierend auf den gestohlenen Werten verursacht. Der Effekt kann stacken, wodurch sie auch extrem tanky werden kann. Mit dem Q-Spell Shattering Strike stecht ihr mit eurer Lanze in gewählte Richtung, wodurch ihr Schilde zerstört und Schaden an eingetroffenen Gegnern verursacht. Hier kriegt nur das erste Ziel vollen Schaden. Außerdem erhalten Rhael und der Verbündete, mit dem sie mit ihrem E-Spell verbunden ist, pro getroffenen Champion Leben. E-W-Spell hat zwei Funktionen, entweder ihr springt von eurem Mount oder ihr geht zurück auf euren Mount. Wenn ihr abspringt, wird euer Mount zu einer Rüstung, die ein großes Schild gewährt, das so lange hält, bis es zerstört wird oder bis ihr zurück auf euren Mount geht. Bei der Landung werden Gegner hochgeworfen. Ohne euer Mount habt ihr weniger Lauftempo. Wenn ihr wieder zurück auf euren Mount geht, erhaltet ihr einen kurzen Lauftemposchub und könnt mit eurem nächsten Angriff Bonusschaden verursachen und das getroffene Ziel über euch rüberwerfen. Mit eurem Mount habt ihr erhöhtes Lauftempo. Der E-Spell ist Detract und Repel. Hiermit könnt ihr euch, wie schon im Q-Spell angeteasert, mit einem Verbündeten verbinden, wodurch dieser Bonusrüstung und Magieresistenz in eurer Nähe erhält. Aktiviert ihr die Fähigkeit erneut, könnt ihr die Verbindung brechen, um alle Gegner zwischen euch zu betäuben. Zu guter Letzt die Ulti, Magnet Storm. Damit zieht ihr alle Gegner in einem kleinen Radius um euch herum zu euch und für eine kurze Zeit werden diese auch mitgezogen. Die Gegner werden hierbei aber nicht CC'd, können also weiterhin Angreifen und Fähigkeiten benutzen. Sobald der Champ auf dem PBE spielbar ist, was heute oder morgen Abend sein wird, werde ich meine ersten Eindrücke auf Trovo streamen. Folgt mir da gerne oder kommt in meinen Discord, wo ich es immer ankündige, wenn ich live gehe. Alle Links in der Videobeschreibung. Schreibt mir eure Meinung zum Champ in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.